Die Flasch hab ich ja drinnen Die Flasch ist ja drinnen Ich hab Zargar und Heilung drin Was blöd ist, die lädt jetzt natürlich auch wieder langer Ja, meiner auch Auch mit der Helfer Die dürfen mit der Henkel Die sind schon gleich wieder hier vorne, ich seh's auch Ja, ich seh's auch Wir wollen nur noch einen auf dem Mann anschauen Ah, die legen sich auch gerade mit anderen Vielleicht sind alle rot geworden oder was? Ja? Ja Ich würde mich fragen, was ja Ich denke, der große Fußbruch Vor allen Dingen hatte ich kaum Energie, aber ... ... ... Ja Ja ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, okay. Scheiße. Ah, war eben spannend. Und scheinbar. Jupp. Ja, okay. Noch mit Frank, Alter. Hat denn einer noch mit Frank oder was? Klapp. 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 Ach, hallo, ich mach das. Klapp. F.: Klapp. Klapp. Redfight, red, red, red. Ja! 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 Nein, schön! Passt aber auch wegen dem... Was? Was? Wo? Die kommen gleich auf dem Schutzwagen da raus. Die kommen gleich auf dem Schutzwagen da raus. Ne! Ja! Ah, der eine ist ein Stückchen die Schockleut reingeladen. Ja, der hat die Schockleut reingeladen.